Hello People! Willkommen mal wieder zu einem Infovideo. Und diesmal muss ich euch leider erneut eine Pause ankündigen von mindestens einer Woche, sagen wir es mal so. Also heute werde ich noch ein Video raushauen, dafür wird es bis nächste Woche Dienstag mindestens kein Video geben. Der Grund ist folgender. Ich werde operiert. Und ich sage nicht weswegen, aber ich kann euch versichern, dass das nichts Welt, nichts Schlimmes ist, also nichts Lebensbedrohliches. Allerdings muss ich eine Woche im Krankenhaus bleiben und ich weiß nicht, ob ich danach fit, weiterhin auch fit genug wäre, um dann wieder Aufnahmen zu machen. Also es könnte noch ein bisschen länger als eine Woche Pause sein. Okay, so viel dazu. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute und bis dann. Man sieht sich.